Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harries Neue Augen. Im letzten Part haben wir Lily kennengelernt, die Klosterschule an sich, die Oberin und natürlich unsere liebe Edna hier. Und? Kommst du voran? Äh, cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmen-Imitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Äh, nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nichts zu spaßen. Du kennst die Gerüchte ja, also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Okay, na gut. Dann legen wir mal los. Wir schauen uns aber erst mal noch kurz hier um. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Die Arme. Lilly hatte Edna noch nie so besorgt gesehen. Nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. Sakristei in Brand gesteckt. Lilly wusste nichts mit diesen Fabrik-Neuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die hatten wenigstens zurückgemurmelt. Oh Gott. Nehmen wir die mal mit. So. Lilly hatte die... Das denke ich schon. Na gut. Ähm. Na, dann können wir hier nicht mehr viel machen. Dann gehen wir mal in den Schlafsaal. Huh. In Lillys Schlafzimmer. In den anderen können wir nicht. Aber hier sitzen zwei Leute. Lilly hatte Shai schon immer sehr hübsch gefunden. Viel hübscher als sich selbst. Aber einer Mitschülerin im Schlaf die Haare abzuschneiden, um sich selbst eine Perücke daraus zu machen, gehörte sich nicht. Darum schlich Lilly jede Nacht unverrichteter Dinge in ihre Schlafkoje zurück. Oha. Suka war das beliebteste Mädchen der Klosterschule. Lilly wäre über Leichen gegangen, um ihre Anerkennung zu gewinnen. Aber da Suka sowieso nicht hingeguckt hatte, hatte Lilly es in letzter Sekunde bleiben lassen. Boah. Okay, wir reden einfach mal mit den beiden. Huh. Shibuya Power! Shibuya Power! Ähm. Volcano Panaloka! Shiny Rainbow Miyu Yusaka! Ching! Ching! Äh. Okay, was machen die da? Ähm. Shibuya Power! Shibuya Power! Man, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyu Rushi Glitzer-Schein! Miyu Rushi Glitzer-Schein! Ching! Ching! Okay. Äh. Ching? Oh Mann. Du bist ja voll daneben, Lilly. Oh Gott. Aber sie hat immerhin mal was gesagt. Ching. Okay. Haarnadel. Oh. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine Original-Marushi-Niyoki-Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben! Nur Wissen! Kriegerinnen des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe! Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki no Roshi Miyaku Hagatsu den Erzpann von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten! Vertraue auf den Elfen-Zauber des Glitzer-Schaubs! Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und? Nur im Angesicht des Todes! Miyu Roshi Glitzer-Schein! Mystische Gestalt des Wolfes! Mystische Gestalt des Wolfes! Kamano-Kri-Sching! Und überhaupt? Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt. Oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht absiegen! Und? Du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerinnen des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot-Girl macht das auch! In Band. 453. Auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayusos Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushu Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool! Miyu Roshi Glitzer-Schein! Äh, okay. Na gut, die haben, denke ich, ein kleines bisschen einen an der Waffel. Wir gehen mal weiter. Gott. Was die für einen Quatsch geredet haben. Oh, da läuft Garrett. Das ist der doch, oder? Puh, okay. Aha, da war Garrett ja schon. Lily beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher! Na gut, wir schauen uns aber erstmal ganz kurz hier ein bisschen um. Es war hoffnungslos. Edners Ballon hing außer Reichweite. Der Kronleuchter baumelte unerreichbar an einer Kette, die bis zum Turm hinauf reichte. So wurden die Kinder in Versuchung gebracht, darauf zu schaukeln. Ohne es jemals wirklich zu können. Das große Bild in der Haupthalle hatte Lily schon immer gefallen. Es zeigte eine leergefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lily kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Ist zwar nicht ganz die Wahrheit, aber gut. Schuhwerberbauken. Da kommen wir also nicht vorbei. Oh oh. Wen haben wir denn da? Grusel, Lily. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shorni. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Lachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lily etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lily? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberin unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Schorni. Aha! Ich wusste es! Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Oh nein. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lily die Suppe ganz alleine auslöffeln. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Los, Jungs! Wir hauen ab! Du bist unmöglich. Oh Mann. Na toll. Und jetzt? Okay, wir können da nichts machen. Schließlich ist der Zettel weg. Egal, wir gehen erstmal Garrett hinterher. Na toll, Lily. Was machen wir denn jetzt nur? Jetzt kann man das Essen der Oberin nicht erstellen. Na nun? Wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Huch, okay. Die Schnitzerei zeigte einen Bettelmönch mit auffallend leeren Händen. Aber irgendetwas fehlte. Würde zum Beispiel. Aber auch noch etwas anderes. Würde zum Beispiel. Der gute, alte Beichtstuhl. Lily kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Selbstgeißelung? Okay. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lily verstand nicht, warum man es nicht einfach andersherum aufgestellt hatte. Oh, Lily. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Und wer bist du? Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Wir reden erstmal mit ihm. Warte. 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 Nein. Nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanz-Echo im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanz-Echo im Fußboden ist, da kann auch der Rohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer. Oder ein versteckter Billard-Salon. Für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht. Was treiben Tempelritter in einem Billard-Salon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Ähm, lüften. Okay, wo ist denn Garrett? Psst, gerade mal. Na toll. Wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Okay, das war aber gerade ein guter Hinweis. Sie kommen nur raus, wenn es... Vielleicht ist Garrett ja im Beichtstuhl. Egal. Ähm. Es tut mir leid, Lilly, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Na gut, wir fragen ihn mal über die Bodenplatten aus. Ähm. Pssst. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelritter-Symbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren. Dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlafittchen. Falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Ja, absolut. Na gut, ich denke, wir haben da eventuell das richtige Werkzeug für dich, mein lieber Frank. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Arbeit? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Der kam da raus. Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lilly überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Okay, dann lassen wir ihn mal. Können wir die denn nicht in die Halterung geben? Lilly musste beichten, dass sie mal wieder vollkommen auf dem Schlauch stand. Na gut. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Oh Gott. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Na, was soll's. Okay. Reichstuhl verlassen, bitte. Wir gehen erstmal Garret hinterher in die Haupthalle. Wir können hier gerade eh nicht viel machen. Es ist ein bisschen zu laut. Und plötzlich ist es wieder leise. Alles okay? Ja, okay. Na gut. Ähm, wir gehen erstmal, ja gut, zum Brunnen. Ja, ist immer noch so ein lustiger Gnom. Ähm... Uuuuh... Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres! Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt hab. Hui! Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Ziehle eine, Lilly! Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ha, 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 ha! Ja, ja, ich bin schon ein ganz schlimmerer Bauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht taff genug, um hier irgendwas zu fordern. Du... Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha! Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß. Könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Ha, 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 ha! Wow, wie böse. Milch geklaut. Boah! Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Ha, 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 ha. Du bist so eine Heulsuse. Ne, wir sind ganz schön taff, das zeige ich dir auch. Pfff! Na, 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 was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Ha, 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 ha. Na toll, von dem kriegen wir jetzt erstmal gar nichts. Wir gehen erstmal wieder ins Kloster und schauen uns in der Kantine. Vielleicht finden wir den anderen, der Shawnee versucht hat, ins Gewissen zu reden. Oh Gott. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Was schleifst du hier rum? Fütter die Katze! Oder bist du damit etwa schon fertig? Äh. Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder. Ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ähm. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Ha, 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 ha. Geh jetzt. Ich muss mal einen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Na gut. Äh. Oh. Wir können uns hier Bananen ansehen. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Oha. Okay. Wir nehmen mal eine Banane mit. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Wir reden mal mit der Doris. Beziehungsweise schauen sie uns kurz an. Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgörre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, drehe ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillis beste Freundin. Ja, absolut. Ähm. Was war das? Ähm. Du frecher Mistkäfer. Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Oh, sind nur meine Einweckgläser. Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Okay, sind sehr seltsame Leute hier. Wir können hier aber sonst nichts. Wobei, wir können doch mit ihr reden. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einweckglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen. Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Oh je. Ähm. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweckgläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedankt dich bei meinem idiotischen Anwalt. Okay. Äh. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Kein Rezept. Kein Rezept? Äh, äh. Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Ähm. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Gebt ihr keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Boah, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Oh je. Na gut. Hm. Was ist? Warum schlachst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. Zehn Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Äh, äh. Tja, die Oberen wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Okay. Sehr lustige Gesellen haben wir hier. Dann haben wir ja noch einiges zu tun. Wir müssen das Rezept an sich wiederbekommen. Wir müssen den Ofen im Keller anfeuern, was wir, denke ich, jetzt auch erstmal machen werden. Hier kommen wir ja erstmal eh nicht weiter. Dann gehen wir mal in den Keller. Huch. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder. Der Ofen war ja auch aus. Hä? Ah! Schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Äh. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Aber, pssst, sonst hört sich noch jemand und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel, Titanium-verstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Eine Bombe. Ähm. Verschwinde endlich, bevor mir noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Johnny. Er hat es eingesteckt. La 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 la. Der Untergang ist nah. Wie süß. Na gut. Ähm. Wie können wir das denn machen? Memphis. Verdautes Gras. Lilly. Kommen wir nehmen mal eine Konzerne. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die... Ja, das kennen wir schon. Na gut. Hier finden wir nichts. Wir wissen nur, dass Memphis im Ofen versteckt ist. Und er Angst vor einer Bombe hat. Und wir wissen auch, wo eine Bombe zu finden ist. Daher gehen wir jetzt erstmal zum Hinterkarten. Und holen uns die Bombe. Die wir da ja liegen gelassen haben. So. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Ja, vollkommen. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen. Aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Wie immer. Na gut, da können wir nicht viel machen. Ähm, da haben wir auch schon alles. Dann gehen wir zurück und probieren mal, was passiert, wenn wir die Bombe in den Ofen packen. Warum ist die Tür zu? Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Ach, Menno. Ah, gut, dann gehen wir erstmal hoch. Solange es noch nicht so weit ist. Aber später scheinbar. Dann kehren wir erstmal zurück. Oder müssen wir noch was anderes mit dem Sprengkopf machen. Hi, wie lustig. Scheinbar nicht. Okay. Na gut. Ähm... Können wir irgendwas mit den Murmeln und Schorni machen? Schorni schien Lilly muss... Schorni sch... Lilly... Na gut. Hier können wir jetzt nicht machen. Nichts machen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als mal woanders nach etwas zu schauen. Aber nicht in den Schlafsaal. Wir gehen ins Treppenhaus. Puh, traurige Maske. In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Fingerpasten hinein. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. So ein Glück. Lilly war erleichtert. Die Masken sind ja gruselig. In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Fingerpasten hinein. Die Maske aber hieß... Okay, die sagen alle das Gleiche. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Oh, können wir die dann irgendwie entfernen? Scheint nicht so. Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Na gut, dann später. Jetzt erst einmal schauen wir uns ein bisschen um. Tollkirschen. Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Na gut, dann nehmen wir die mal mit. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Abends hing die Oberin hier ihren Kessel übers Feuer. Aber um diese Uhrzeit trank sie ihren Beruhigungstee lieber in der Kantine. Okay, haben wir hier noch was zum Anschauen. Eine Halterung. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Hm, können wir da eine Banane rein in die Halterung? Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung, aber ohne... Na gut, dann gehen wir zurück ins Büro der Oberin. Vielleicht finden wir da noch etwas, was wir machen können. Äh, was haben wir denn hier? Quittungsspieß. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte? Durchgestrichen. Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt. Wie ein Puma oder eine Boa-Konstriktor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Seezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Oha. Lilly musste aufpassen, dass sie den Spieß nicht ins Auge bekam. Unfälle passierten so leicht. Nehmen wir ihn mal mit. Oh, ein Gemälde. Huhu. Okay. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Hm. Da können wir doch garantiert irgendwann etwas aufhängen. Lumpy hatte Hunger oder er war müde oder gelangweilt. Ja gut. Lumpys Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Ja, garantiert. Na gut, hier können wir nichts Neues mehr bekommen oder finden. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach den Klassenzimmern. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo die sind, aber vielleicht kommen wir da ja weiter. Okay, gehen wir erstmal runter in die Haupthalle. Da geht's zum Klosterflur. Da geht's zum Klosterflur. Dann gehen wir doch da erstmal hin. Da waren wir ja noch nicht. Kapu war der netteste Junge der Klosterschule. Lilly mochte ihn so gerne, dass sie sogar ihre Kakerlake nach ihm benannt hatte. Dabei fiel ihr ein, dass sie schon seit Wochen Löcher in die Dose stechen wollte. Oh, na toll. Ähm... Lilly, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shorni. Er ist ein Idiot. Ich finde dich toll, genau so wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Okay. Entweder stimmt das nicht mit ihm oder... Ähm... Du wüchst ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Ähm... Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mach mir Sorgen um dich, weißt du? Das... das klingt mir ein bisschen zu nett. Ähm... Du wüchst so angespannt. Ist ihr... Lilly... Falls was ist, ich mach mir Sorgen. Na gut, können wir ihm nicht vielleicht die Murmeln geben? Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Ja, na gut. Okay, dann gehen wir mal zur Sammlung. Wow. Okay. Schauen wir erst mal. Eine Muskete. Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Oh Mann. Können wir die mitnehmen? Hey! Lass die Finger davon! Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein, aber ich kann... Ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Warum? Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also, lass die Finger... Die Finger... Warum hängt der überhaupt an der Garderobe? Na gut. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Okay. Hey, lass die Finger da... Das ist... Okay. Der erzählt nur wieder das Gleiche. Was haben wir... Oh, da ist das Meerschweinchen... Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Ob das überhaupt jemals noch ausbrechen möchte, das weiß ich nicht. Regalplatz. In dem Regal gab es drei leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Tja, das ist die Frage. Na nun? Das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann. Aus dem Geschichtsunterricht. Wir reden mal mit ihm. Ähm. Oh, Besuch. Was für ein seltenes... Seltenes... Seltenes Tier. Der habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit... Mit extra viel Ketchup, bitte. Okay. Ähm. Wie, ähm. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vor, äh... Vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. So lange lebt sie schon? Ich war Chef aus Peitscher an der... Ne... 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 Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreißsaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Maias war. Hier ein mystisches Schieberätselzimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja, ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch Indie-Rockband mit dem Namen Inquisition O verloht. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunter... Unter... Unter... Unterricht? Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen... Erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Okay. Was ist denn mit der... Also reden wir mal über die Erinnerung. Nein, nein. Keine Sorge. Ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an alles zu erinnern. Das verdanke ich einem kleinen Trick, den ich damals von einem alten chinesischen Maurer gelernt habe. Alles, was ich brauche, ist eine Gedächtnisstütze. Also Objekte, die mich an die drei E erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durchstärke, Heldenmut oder Schläfrigkeit überwunden habe. Das dritte E steht für Essen. Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an dem Tag gegessen habe. Die Vitamine sind gut für die... für die... Aha, da haben wir ja schon das Obst. Hm? Äh, w-was? Oh, ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den Eurasischen Kontinent entdeckt habe? Ach, äh, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Richtig? Aha. Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Ähm, oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab? Äh, nein, äh, die Kokosnuss war damals, als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt bekommen habe. Oder war der Heldenmut bei den Deicharbeiten in Atlantis? Da hatte ich aber einen Apfel dabei, glaube ich. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Und, ähm, wütend beim Kapellenbau? Na, äh, so ein Kokoloris, ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut, damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammern unter der Klosterkapelle erinnere. Oh, oh, irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Da müssten normalerweise Hinweise auf die drei E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So kann ich mich nicht, ähm, äh, mich nicht zum Affen machen. Also, mal sehen. Okay. Gedächtnisstütze, äh, Hinweise. Na gut, wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen die drei E finden. Aber dazu kommen wir sicher noch später. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ins Klassenzimmer. Wobei, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part, wo ich dann ins Klassenzimmer gehe. Bis dann, tschüss. Nacht, etwas. Und dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Überraschung, Ganzen.